Ja, ich habe schon viel erlebt in der Autoindustrie, aber mit 39 GS bin ich auch noch nie auf die Bühne gefahren. Meine Damen und Herren, hier ist der neue Mini Klappmann, ein ganz neues Auto und ein neuer Partnerauftritt bei Mini tut sich gerade sehr viel, warum diese Veränderung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017